Hey Gennasson, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Divinity Original Sin 2. Und ja, wir sind mal hier. Dann lassen wir mal den Garret-Karten. Das Ding ist nicht Donner. Das Ding ist nicht Donner. Es ist ein Monster, pur und einfach. All of them are. Es sind alle Monster. Hallo. Two Paladins are arguing in front of the door to the modest farmstern. They notice your arrival. They stop talking and look at you quizzically. We're guarding this house. Wise to stay well back. There's a bunch of silent monks inside who've tasted blood today. Already killed in there so they did. They didn't kill anybody. The Magisters who control them did. You know Donner? She would never die. But they did turn. But they did turn. And now she's not Donner anymore. Get it through your head. The four creatures should be put down. No! Wait! Bestimmt, maybe. Maybe they could be fixed. Maybe someday they could be fixed. The other Paladin rolls his eyes and shake his head as he turns to face. In any event, it's our business, not yours. Just stay well away from the door and you'll be perfectly safe. You can't do that. These... They were people who loved them. It's not right to put them like cattle. You? You're right. Here, take the key, Will. And leave too. You'll remember her as she was, Jad. The real her. Paladin William nods his thanks to him. And with a last sorrow-filled glance at the house, Paladin Jad turns to follow his companion away. Okay. Okay... Okay. Okay. The corner of Garris mouth slanted upward. So to run on his eyebrows. They still live. Sie leben noch. Wenn ihr sie nicht töten könnt, werdet ihr nicht. Nein. Sucht ihr wirklich blinde Rache? Sie will nicht. Worte immer noch. Sie wollte. Sie wollen nicht. Äh, angreifen. Und werdet ihr? Sie verdienen nur Angst. Wurzeln! Vergangenheit begraben. Gareth ist eine Tempest. Er öffnet Dresser-Draws, dann schlägt sie ab. Er öffnet Bücher, dann schlägt sie die... Seht ihn! Seht ihn! Wo... Nach so euch ausschalten. Diese... Entschuldigstätten haben wir nicht... Du kennst das genau wie jeder andere. Jemand muss den Befehl gegeben haben. Sie haben sich Spuren unterlassen. Hinweise, die uns verraten müssen. Wie immer. Die Weißen sind so stolz und so zufrieden mit sich selbst. Äh, ich biete ihm meine Hilfe an. Gareth gruntzt und zurück zu seinen Freunden in CERC. Okay. Da ist ein Brief. schon drehen das Rad über die Hände und von der Luschten. Messer... Gabel... Löffel... Alles nichts, was wir brauchen. Wow. Ähm... Spielzeugschild. Sohn gegen Vater. Das die immer so wenig ist, ne? Richtig nervig. Da haben wir doch endlich mal was. Es ist nur 4 Gold. Aber... Es ist... wenigstens etwas. Okay. Da haben wir doch endlich mal was. Ach, ist das eine herrliche... Wer in der Hölle hat das? Ach, guck mal. Der Geister beobacht ihn traurig, wie Gareth in CERC. als er dich durch die Haus rumstöbert. Ich liebe ihn so zu sehen. Ich wünschte, ich würde ihn erreichen. Wie stolz wir ihm aufschauen. 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 Äh, ich möchte ihm helfen. Er muss erfahren, was hier geschehen ist. Nichts, was wir nicht gesehen haben. Wir wussten immer, dass Gareth zu großen Taten bestimmt war. Als Kind ist er mit seinem Volk schwer durch die Felder gesprungen und hat getan. Als würde er Dämonen erschlagen und uns vor dem Bösen beschützen. Wir wussten auch, dass sich gute Leute Feinde machen. Wir wussten, dass das Böse kommen würde. Und so ist es geschehen. Nicht in Form von Dämonen oder Hexen, sondern in den Stall eines Manners, den Gareth einst seinen Freund nannte. Jonathan. Er hat ungeduldig, zu dem in die wachsenden Höhen herunter kamen. Für ihn war es wie ein Spiel. Wie Theater. Wir haben Gareth keine Schuld. Die Gesellschaften entlang. Immer die Folgen. Wenn die sie ihm das wollen, wird er immer der Held sein. und wir werden ihn hier kennen. Den Kopf neigen. Du musst diesen Verrat nicht kommen sehen. Wir alle wollen aneinander glauben. Das unterscheidet uns von den Lehren. Das macht unsere Existenz erst lebenswert. Unsere Taten machen uns zu geben, was wir sind. Wir können mit Verrat antworten oder wir können darüber bestehen. Ich werde alles tun, um Gareth auf den rechten Pfad zu führen. Ich vertraue, dass du wirst. Warte mal, wir reden nochmal mit ihm grad. Warte mal, dass ihr irgendwas gefunden habt. Übrigens, ein Freund Ernest hat die Mordung seiner Eltern befohlen. Was? Gareth macht kleine Schritte zurück und zurück. Das hier hat mir Vertrauen beschert. Nicht Frieden. Nicht Freundschaft. Nicht die Gnade der sieben. Nur Tod. Ich habe auf Lucians Gnaden vertraut. Auf seinen Schutz. Aber es waren alles Lügen. Jonassons Lügen. Lucians Lügen. Eure Lügen. Ich habe es gelogen. Ich weiß keine Ahnung, wozu Jonasson fähig sein würde. Ich werde Jonasson töten und den Beweis dafür mitbringen. Ich werde Jonasson töten und den Beweis dafür mitbringen. Die Groove auf seinem Handeln bleiben aus seinem agitierten Digger. Der selbst entfliegt Wound auf seinem Finger ist mit Blut vergrüßt. Mach es dann! Oh, hier sind schon wieder Vogelscheuchen. Ehrlich. Gehört. Ich habe eine Idee mit den Händen. Mit den Biestern. Also. Ja, wie gesagt. Ich habe eine Idee. Also. Speichern. Wenn wir ihm jetzt sagen, er soll da hinten. Dann kann ich mich schwören. So. Und er geht da jetzt runter. Schnell da hoch. Ok. Super. So. Und du gehörst nämlich jetzt hier. So. 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 Dann. Dann. Wie sagt er. Nee, immer geht grad nicht. Du. so dann gehen wir mal Sooo... Ah, ein Taktischer ist jetzt gut. Nein, nein... So machen wir das. So... So, dann sollte sie nicht laufen auf jeden Fall. So, wir machen jetzt mal Regeneration. So... Um... So... Eine Supernova, ja? Und nochmal. So, einmal nach oben bitte. So, die geht auch mal da rüber. Okay. So, jetzt etwas, was wir vorher nicht gemacht haben. Unsere Leute mal heilen. Ah, es funktioniert, ey. Es funktioniert der Trick. Ast rein. Okay. 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 So... Jetzt machen wir das einfach mal ein bisschen anders. So, die Knose muss... Da hin. Damit sie... Da ran kommt. Okay. Da kommt sie... Und so ran. Das wäre ja... So, er muss da hin. Dann kann er da stehen. Perfekt. So... Du bleibst hier. Und sie bleibt auch hier. Okay. Alles perfekt. So muss sie... Ah... Spielspeicher. Immer nur so einfach mehr, ne? Oh... Oh... What a... Ich sag... Äh... Ah, okay. Ah, okay. Ach, shitten. Dann tut's mir leid. Du musst halt nochmal einen machen. Dann tut's mir leid. Und den beiden. Ach, komm. Oh, du sollst nicht immer teleportieren. Warte mal. Was machen wir? Hier. Oder kann die Lose den schon teleportieren? Okay. Jetzt fahrzehreich weiter. So. Dann... Da hoch. Ah, holy shit. Ah, holy shit. Jetzt kann's gehen. Und... Oh. Und du? Du bist Ärger? Kannst du haben. So... Wir machen mal... st können die echt die abzunehmen Und dann machen wir noch mal eine 3er-Gasse-Faktor. So, du brauchst die Macht. Wenn's geht, geht halt nicht. So, du bist ja ein wenig nervig, ne? Ist irgendeiner verletzt? Ne, ne? Gar nicht. Gar nicht verletzt, das ist ja echt sehr gut. Und verzaubert, war ja klar. Ja... Haken. Da hinten hin. So, je weiter der Abstand, umso besser. Krass. Gut. Weißt du was? Du bist... Im Arsch. Du bist so schlimm. Du bist so schlimm. Okay. Du bist so schlimm. Okay. Du bist so schlimm. Du bist so schlimm. Du bist so schlimm. Wichtiger hat einfach sein. Ha! Du bist so schlimm. Bist du bist noch einmal? Und so. Sau geil, einen Stufenaufstieg haben wir da durchbekommen. Jetzt müssen wir nur noch, ähm... Das ist ein bisschen duft, dass er fühlt ist, ja, wir werden mal jetzt mal hier mit dem Stamper vereinigen, wie man hier so einiges. So, ähm... Die Lose geht auch mal hier wieder hin. Und er geht mal da hin. Soll's da hin? So. So. Dann noch einmal speichern. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Ich bin dem Klänen da hochverpacken. Ähm... Ähm... Wie ist die Lose ist da? Ja, ja. Warte, wenn er PCS ankommt. Das ist ja nice. Inso nach. Was ist die denn noch? Du gehörst. Ja, ja. Willkommen bei uns. Diese Mülle ist die erste, die dich erst mal... ...begrüßen, weil... ...wegrüßen. Adrenalin unbedingt Feuer machen. So, jetzt. So, du machst mal den hier. ...verfehlt. Dann machst du mal den hier. ... 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 alt ... ... ... ... ... ... Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.